Hallo und herzlich lautes Willkommen zu einer weiteren Folge hier in, warum ist eigentlich mein ganzes, ach ich hab noch gar keine Währdreue gemacht hier, äh zum Euro Truck Simulator 2 hier in Rex, hier. Ja, es ist gerade ein bisschen laut, weil immer wenn man hier rangiert und dann aus dem Fenster guckt, wird das laut. Sorry, dass ihr, dass die Folge damit anfängt. Hier entsteht einer, der guckt, ob wir auch richtig fahren. Man sieht gerade, dass wir das nicht tun. Ich zieh einfach nochmal gerade. So. 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 Das ist jetzt nicht so gut. So, wir nehmen diesen dicken Truckstop hier mit. Oder er nimmt uns mit. Okay, diese Mod ist noch nicht 100% kompatibel. Ich hoffe, das Spiel hat zwischendurch an der Stelle gespeichert, wo wir halbwegs gut weiterspielen können. Das heißt, wenn ihr das jetzt noch hören könnt, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge oder Shuffle. Macht's gut. Tschüss. Das ist jetzt noch nicht so gut. Das ist jetzt noch nicht so gut. Vielen Dank.